Und dann ist es Ezeh, der da, wo Damar sieht, guter Lauf auch von Damar, Teuchert ist da, Teuchert, Damar und Gindorf macht ihn rein. Das 1 zu 0, 42. Minute. Und das ist verdient nach dem, was wir hier bisher gesehen haben in der ersten Halbzeit. Lars Gindorf, erster Treffer im Trikot der 96 Profis. Aber es war eine richtig schöne Koproduktion der 96 Offensivleute, eingeleitet von Brooklyn Ezeh. Damar mit dem hervorragenden Laufweg, genauso wie Cedric Teuchert. Und der hat dann das Auge für Lars Gindorf. Und da war Leo Weinkopf sehr aufmerksam gegen die heraneilende Werder-Offensive und direkt 96 wieder in der Gegenbewegung. Das ist Vogelsammer gut eingesetzt. Das ist 2 zu 0, meine Damen und Herren. Und wieder gut verlagert, gut geflankt. Gindorf, Vogelsammer, Damar. Danke, tschüss. Ja, das war das 2 zu 0. 47. Minute. Damit können wir doch arbeiten, oder? Ja, klar. Das sind jetzt natürlich die Jungs, die sich wirklich richtig zeigen wollen. Und das ist Ima Suen. Der da in der 62. Minute den Anschlusstreffer besorgt. Und jetzt mal, könnte man ein bisschen Tempo aufnehmen. Der hat auch eine gute Dynamik. Boah, schön gesehen. Vogelsammer steht auch, läuft gut. Könnte jetzt noch Dem mitnehmen. Macht der Dem. Janik Dem. Ja, gar kein Problem. Lupenreiner kontert. 82. Minute. 3 zu 1 für Hannover 96. Stark gespielt. Vogelsammer spielt genau im richtigen Moment. Und Dem dann so platziert, wie der Schuss eben in dem Moment sein muss. Macht er gut. Und dann zappelt der Ball im Netz. 3 zu 3 zu matter am Training. Das macht Wasser. Rauschenė. Gerne. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017